Hallo Nation, seht euch an, was Kobel heute gesagt hat. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Der Torhüter von Aurinegro wurde zur neuen Nummer 1 der Schweizer Nationalmannschaft ernannt, nachdem Jan Sommer seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hatte. Zum ersten Mal in neuer Rolle trat er an diesem Donnerstag, 5. September, zum Auftakt der Nations League im Spiel zwischen Dänemark und der Schweiz auf. Allerdings hätte sich Kobel sein Debüt als neuer Stammtorwart möglicherweise anders vorgestellt. Das Spiel lief aus Schweizer Sicht überhaupt nicht gut. Sie mussten eine 0-2-Niederlage und zwei Platzverweise hinnehmen. In der 52. Minute wurde Verteidiger Nico Elwedi wegen einer Notbremsung mit einer roten Karte vom Platz gestellt, während Granit Xhaka in der 87. Minute eine gelbrote Karte erhielt. Dennoch gelang es den dezimierten Schweizern, den Dänen lange Zeit Widerstand zu leisten. Bis zur 82. Minute, als Patrick Dorgou das 1 zu 0 erzielte. In der Nachspielzeit schloss Pierre-Emil Hübjerg den dänischen Aufschlag ab. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Schweizer jedoch genug. Denn schon das erste Tor erwärmte die Stimmung. Der Hintergrund, während die Schweiz bereits dezimiert war, lag Bril Mbolo verletzt am Boden. Nach dem Spiel erklärte BVB-Torhüter Kobel gegenüber SRF, als wir das erste Gegentor kassierten, waren wir schon mit einem Mann auf dem Feld, ein anderer lag noch verletzt am Boden, da fehlten plötzlich zwei Leute. Das sorgte bei den Schweizern für Frust, daher waren alle relativ verärgert. Was denkst du, Fenn, was denkst du über Kobels Aussage, stimmst du ihm zu, kommentiere dort.